Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zu einer ganz besonderen Besprechung. Es ist nämlich hier eine Art Special für oder von den Titeln, die Bush-Medien jetzt in Zukunft rausbringen wird. Und wir fangen an mit einem, ich möchte sagen, ganz besonderen Film, denn der hatte sogar einen ganz regulären Kinostart. Am 30. November kam er in die deutschen Kinos, wird dann am 8. Februar auf das Heimkino erscheinen. Ich sag's ehrlich, ich hab den Film nicht im Heimkino, nicht im Kino sehen können, pardon. Till, erstmal hallo an dich. Hast du ihn im Kino sehen können? Äh, moin, nein. Ich, im Nachhinein, hätte ich ihn wahrscheinlich gerne im Kino gesehen. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, das ist eine Aussage, die kann ich jetzt auch schon treffen. Damit können wir schon mal ungefähr erahnen lassen, in welche Richtung sich diese Besprechung vermutlich entwickelt. Wir reden heute nämlich über Rebel. Oder wie im Deutschen heißt, Rebel in den Fängen des Terrors. Weil es muss ja immer noch vor mir ein Untertitel sein. So schrecklich, hab ich mich gestern auch so aufgeregt, als ich das gelesen hab. Ja. Ja, aber gut, so ist es halt. Es ist der neue Film von Adil El Arbi und Bilal Falal. Es tut mir jetzt schon leid, ich hab das ordentlich verkackt, diese Namen, aber was soll's. Willkommen beim Tele-Stammtisch, das gehört zu unserem guten Ruf dazu. Und diese zwei Herren sind zwei belgische Regisseure, die jetzt hier schon zum fünften Mal zusammenarbeiten. Und es sind, vielleicht sagen euch die Namen nichts, aber es sind tatsächlich sehr aktive Filmemacher, die durchaus auch große Projekte schon gestemmt haben. Till, kennst du die beiden schon? Ja, durch Miss, warte mal, diese ganzen Marvel-Frauen, Miss Marvel, die Serie. Captain Miss, Miss Marvel? Miss Marvel, die Serie, genau. Und Bad Boys for Life, also Bad Boys 3, der mich als großer, ich bin großer Anhänger von Bad Boys 1 und 2 und da lass ich nichts drauf kommen, der mich sehr überrascht hat, der dritte Teil. Dass er doch nicht so mies war, wie ich vermutet habe, weil wenn lange Zeit vergangen ist und man macht nochmal einen dritten oder eine Fortsetzung von etwas, dann wird's oft nicht so geil. Aber ich fand ihn ganz gut. Ja, da bin ich schon mal froh, dass wir nicht über die Bad Boys 3 reden, denn ich mag die ersten beiden Teile gar nicht. Ich finde den dritten sogar am besten und sie bringen ja nächstes Jahr auch den vierten Teil raus. Und was ich ganz interessant finde, ist, sie kommen ja aus Belgien, haben da auch schon Filme gedreht, haben sich ja mit diesem Film auch für Bad Boys 3 dann empfohlen, dass sie aber anscheinend wirklich immer wieder zurück zu ihrer Heimat gehen. Und man kann es auch irgendwie verstehen, denn nach Bad Boys 3 haben sie ja diesen einen Film gedreht, diesen Bad Girl. Und wir wollen jetzt hier nicht die ganze Geschichte von Bad Girl nochmal aufdröseln. Ach ja, stimmt. Warner hat den Film, der so gut wie abgeschlossen war, ja einfach fallen gelassen. Und dementsprechend kann ich es verstehen, dass man, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann sagt, wisst ihr was? Wir gehen nochmal nach Europa und drehen halt eben einen anderen Film. Und dieser Film ist jetzt eben Rebel. Jetzt haben wir lange um den heißen Brei herumgeredet, lieber Till. Könntest du uns vielleicht kurz erklären, worum geht's eigentlich in Rebel? In den Fängen des Terrors. Ja, es geht um eine Familie, eine belgische Familie, die, soweit ich das richtig verstanden habe, ob sie da aufgewachsen sind oder nicht, ich glaube sie sind native, die haben, wo kommen sie her, Marokko? Marokko, ne? Marokko, ja. Genau. Hauptsächlich geht es erstmal um Kamal, der hat einen kleineren Bruder, Nassim. Und der Kamal ist später, na der ist schon in seinen 20ern, glaube ich, das wurde gar nicht richtig gesagt. Und der ist einerseits ist er YouTuber und rappt, aber er lässt sich auch ein bisschen verführen und radikalisieren für den IS, islamischen Staat. Ist momentan nicht so krass in den Medien, weil es da momentan ja nun mal um andere Dinge geht. Aber damals 2014, in dem der Zeitraum, in dem der Film spielt, ist das halt wirklich eine große Sache gewesen. Und da wurden viele, viele, viele Kinder, Jugendliche, naja, angelockt, sag ich mal, radikalisiert. Und dann nach unter anderem Syrien gebracht. Und das macht auch Kamal. Und Kamal denkt sich, er hat jetzt, er dient jetzt einer höheren Sache und merkt aber ganz schnell, dass das richtig übel ist und richtige Scheiße ist. Weil er will eigentlich nur Kameramann sein. Weil er kennt sich aus durch sein YouTube-Vorwissen und soll filmen. Aber er filmt halt direkt an der Front. Es wird geschossen, es ist Krieg und da ist immer mit dabei. Also er ist nicht mal eben so nebenbei so ein bisschen, ja, seit der, der so aufnimmt, was da so abgeht. In den geheimen Superräumen der IS. Sondern er ist immer vorne mit dabei. Und dann gibt es noch Nassim. Der ist zwölf. Der kleine Bruder. Und der versteht das erst alles gar nicht und macht sich, und es ist traurig, dass der Bruder nicht mehr da ist. Weil es taucht auch ein Video auf, wo er vermeintlich oder auch nicht eine unschuldige Geisel erschießt vor laufender Kamera. So startet der Film. Ja, aber dann verzweigt das alles. Also Nassim streckt dann auch die Finger aus in Richtung IS. Aber nicht durch Eigenrecherche, sondern durch Fremdeinwirkung. Und die Mutter quasi als dritte Person in dem Film versucht, das zu verhindern. Und den Jungen oder die beiden Jungen da irgendwie rauszubekommen. Das sind so, ja, es verwebt sich so. Es ist erst der eine Bruder, dann der andere Bruder, dann die Mutter. Es ist eine Familiengeschichte. Ich glaube, das kann man schon sagen. Es ist so eine verwobene, in sich verwobene Familiengeschichte, die damit beginnt, dass man das Gefühl hat, dass es halt sich nur um Kamal dreht. Und es wird dann relativ schnell deutlich, dass es auch um Nassim geht und halt eben auch um ihre gemeinsame Mutter. Und du hast gerade eben was Schönes gesagt, nämlich, dass er als Kameramann immer vorne mit dabei ist. Und ich finde diese Aussage vorne mit dabei, das trifft halt auf den ganzen Film zu. Der ist halt wirklich immer direkt am Geschehen dran. Das ist kein Film, der Sachen beschönigt. Das ist kein Film, der Sachen vereinfacht. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Film, der einfach die Kamera nutzt und die einfach mal zeigt, so ist es jetzt gerade. Und kommt damit klar. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für einige Zuschauer vielleicht sogar ein bisschen überfordert sein könnte. Aber ich finde es sehr mutig, wie der Film diese ganze Thematik angeht. Wie schläfst du dazu? Ja, absolut. Also die Kameraarbeit ist, also nicht seine im Film, sondern die Kameraarbeit des Kameramanns, der Kamerafrau, weiß ich gerade nicht, ist, ja, Robrecht, wie auch immer mit Nachnamen, Heywert, ist ein Mann, ist wirklich sehr, sehr gut. Und das ist halt ganz viel Handkamera und es ist wirklich, als wärst du mit dabei und du siehst halt wirklich, wie du schon gesagt hast, diesen ungeschönten Terror und auch all das, was im Hintergrund passiert halt. Du siehst nicht nur, dass die IS angreift und Schrecken verursacht, sondern du siehst auch, was kommt auf deren eigenen Seiten dabei raus. Und damit meine ich nicht, es wird beschönigt oder glorifiziert, sondern da werden Kinder verletzt, da werden Kinder behandelt von Ärzten und Ärztinnen. Vor allem die Ärztinnen werden gezwungen, das sind verschleppte Frauen teilweise, die Kinder dort zu behandeln, man ist wirklich immer mit dabei und es wird halt ganz oft auch direkt ins Gesicht gefilmt. Und das ist klar, wenn da ein Kind liegt und hat eine wirklich furchtbare Fleischwunde am Bein, ist das schon mal schrecklich und eklig. Aber wenn du immer wieder anstatt der Wunde auch das Gesicht zeigst und die Emotionen zum Ausdruck bringen lässt durch die Kamera, ey, das also, ich weiß nicht, ob dieser Film wirklich Spaß macht. Das ist ein mutiges, ein mutiges Werk. Also mutig ist der Film auf jeden Fall auf mehreren Ebenen, denn er nutzt nämlich auch eine Art der Erzählung, die man von so einer Art von Filmen jetzt eher nicht erwartet hätte. Nämlich, du hast es schon gesagt, Kamal ist auch als Hip-Hopper unterwegs und der Film nutzt Videoclip oder Musikvideoästhetik nicht nur als Stilmittel, er integriert quasi in die Handlung auch wirklich Musikvideos. Also Kamal hat immer wieder so Momente und Szenen, wo er darüber singt, wo er darüber rappt, wie er sich gerade fühlt, zum Beispiel warum er glaubt, sich das im IS einschließen zu müssen. Und das unterbricht die, ich nenne es mal normale Handlung und dann wird das zu einer, ja, es klingt jetzt irgendwie falsch, aber ich weiß nicht besser ausdrücken, es wird zu einer Musical-Nummer. Also wirklich die ganze Szenerie wird, verformt sich, die erste Szene oder erste Musical-Sequenz ist in einem Imbiss und plötzlich, ja, drehen die Flammen des Gasherz dann hoch und plötzlich hast du gesagt, du bist in der Hölle. Und ich muss eins vorweg schicken, ich bin dafür nicht der Fachmann, ich bin auch kein großer Fan davon, aber ich finde sowas immer sehr mutig und das ist natürlich noch besser, wenn es gut gemacht ist und es ist hier wirklich saugut gemacht. Ich bin kein Fan, aber ich muss jetzt da sagen, ich habe es selten so gut umgesetzt gesehen wie hier. Was ist deine Meinung dazu? Also ich wusste vorher schon, dass es so ein paar Musical-Einlagen gibt, aber nicht wie sie integriert sind und ob sie rausgerissen sind oder ob die Handlung mit inbegriffen wird und wie das Ganze interpretiert wird. Und es ist kurz befremdlich und es schleicht sich auch so ein. Also das ist auch extrem gut gemacht und es schleicht auch dann plötzlich wieder aus, das ist wirklich richtig, richtig gut in Szene gesetzt. Ich finde es tatsächlich echt gut gemacht, weil es kann ja ganz schnell dazu führen, dass es halt hier wieder, das Thema ist echt übel und dass es wieder beschönigt wird, dass alle sind glücklich und tanzen und liegen sich in den Armen. Aber es wird das zum Ausdruck gebracht, was dieser Film auch zeigen möchte oder einen fühlen lassen möchte im besten Fall. Und das schafft er richtig, richtig gut, weil manchmal siehst du Szenen, die zur Geschichte gehören und dann aber auch wieder, die sich im Kopf abspielen. Also da gibt es später eine Szene, da geht es um eine Frau, die dem Kamal gekauft wird auf einem Markt und aber in der Szene, in der sie singt, da sieht man sie in ganz normaler Kleidung. Und dann ist wieder durch die Kamera und durch Schnitt relativ clever gemacht, dass sie dann plötzlich wieder in der Realität ist und, weil wir ja hier recherchieren, wie die Meister, dann ihre Burka trägt. Burka oder Nikab. Burka ist das, wo man gar nichts sieht, mit so einem Netz vor, aber sie hat ja irgendwie so die Augen noch frei. Und das ist schön ineinander verwoben und auch da wieder diese Szene, sie wird, im Endeffekt wird sie verschleppt, der von, also sie wurde schon verkauft an Kamal, dann liegt aber plötzlich Geld auf seinem Bett. Ne, so, nur um wenig zu spoilern wie möglich. Und dann weiß man genau, okay, die feiern jetzt eine Party wahrscheinlich mit ihr und sie wird nicht feiern, sie wird da wahrscheinlich sehr, sehr leiden. Und das Ganze in die Musical-Nummer verpackt, aus ihrem Kopf herausgesungen, was sie, wie sie sich gerade fühlt. Also das hat mich sehr beeindruckt. Der Film schafft es auch wirklich gut, bei einigen Figuren, dazu zählt sie auch, dass man sie am Anfang halt nicht so richtig wahrnimmt, weil unter anderem halt eben wegen ihrer Burka. Und dann aber dann plötzlich merkt, okay, da ist dann doch ein Mensch hinter und das ist, so blöd es klingt, aber du hast ja auch dieses, so auch diese Klischees oder, ne, dass du einfach denkst, was sind das für Leute, die, warum tun die das? Und ich finde, dass Rebel da immer sehr schöne Antworten findet und vor allem, dass er seine Figuren auch immer als Menschen betrachtet, denn Kamal trifft Entscheidungen, die nicht richtig sind oder die falsch sind, aber man kann immer nachvollziehen, warum er sie getroffen hat. Weil der Film dir auch relativ gut immer erklärt, wie ist seine Gefühlslage oder wie ist die Welt, in der er gerade lebt, was nimmt er wahr? Ja, und das, also der Film beschönigt die IS auf gar keinen Fall. Ich habe irgendwo gelesen, dass das irgendwie insgeheim ein Werbeclip sein soll für die IS, da frage ich mich, was haben die Leute für einen Film gesehen? Rebel kann es nicht gewesen sein, aber er nimmt seine Figuren halt ernst und dass das in Anführungszeichen perfide ist, dieser Film weckt in dir als Zuschauer auch der Wunsch, dass es diesen Figuren, dass sie es schaffen, dass es ihnen gut geht. Und wir wollen das Ende nicht verraten, aber eins kann ich euch versichern, wenn ihr einen viel guten Movie haben wollt, dann solltet ihr um diesen Film einen weiten Bogen machen, wirklich. Ja, es ist wirklich auch am Ende, ja, das Zusammenspiel oder das immer wieder hin und her, das Wechselspiel zwischen kleinem und großem Bruder und wie das dann irgendwie, auf welche Art und Weise auch immer das dann zusammenführt, das zieht dir komplett die Schuhe aus. Und dann, also das war wirklich, wirklich krass. Sie kriegen es auch sehr gut hin, diese Ohnmacht darzustellen, die gerade auch die Mutter halt fühlt. Also die Mutter ist so, ich nenne es mal der heimliche Star, sage ich mal einfach, weil sie halt wirklich auch Sachen tut für ihre Kinder, die, also Kraftaufwand hoch zehn. Und das ist, sie tut mir auch echt leid. Und es gibt halt so viele Szenen in dem Film, wo du als Zuschauer schon erahnen kannst, worauf es hinausläuft. Und du einfach nur zu denen, also wir konnten jetzt nur als Screener gucken, also wir haben den Fernseher angeschrien und ihr, dann werdet wahrscheinlich auch den Fernseher oder vielleicht, wenn ihr Glück habt, die Leinwand noch anschreien. Nein, das ist doch bitte nicht so sein soll oder passt doch bitte auf. Und diese, ich nenne es mal Überforderung, diese arme Frau hat, denn, das muss man auch klar sagen, der Film sagt auch sehr deutlich, aus welcher Art von gesellschaftlicher Schicht die kommen. Das sind natürlich keine Gesellschaft, die viel Geld haben. Die Mutter ackert sich zu Tode und die Kinder, die werden auch schon immer so vorverurteilt. Und wenn du das halt die ganze Zeit durchmachst, ist es auch klar, wenn dann so eine Drecksvereinigung, wie der IS, relativ einfaches Spiel hat bei der Rekrutierung. Ja, wie perfide das auch dargestellt wird, wie der Nassim da rangeführt wird, das ist wirklich, also wirklich so krass, dass ich wirklich denke, ey, jetzt, also wo man wirklich den Bildschirm anschreien möchte, weil das so hinterlistig ist. Also wirklich, und auch schauspielerisch muss ich sagen, der Junge, ey, der Kleine, richtig gut, richtig, richtig gut. Also schauspielerisch von allen Mitmachenden wirklich toll gespielt. Auch das Drehbuch ist einfach schön, weil es auch aufgezeigt hat, ich wiederhole mich da, wie kann es dazu kommen? Denn, äh, dieser Kamal hatte halt schon vorher Probleme und Nassim hat auch Probleme und die Mutter versucht ja Hilfe zu finden. Also sie versucht ja wirklich bei den Behörden und bei der Schule zu sagen, Leute, ich brauche hier gerade Hilfe, bitte helft mir. Aber die, äh, ja, die Behörden, nenne ich sie mal, die wissen auch nicht so richtig, damit umzugehen. Die sind halt eben auch machtlos, ne? Und der Film endet halt und du hast das Gefühl, es hätte halt so nicht enden müssen, wenn nur ein paar Leute vielleicht die richtigen Erkenntnisse getroffen hätten. Oder wenn man sich ein bisschen Mühe gegeben hätte. Und, ähm, ich glaube nicht, dass man es vereinfacht sagen kann, dass der und der schuld ist. Ich glaube, es ist dann vielleicht einfach ein Systemversagen. Richtig. Der Name des Filmes könnte auch Systemversagen sein, ja. Das ist, ähm, nach Systemsprenger. Genau, ist nach Systemsprenger. Der Name ist ja auch nicht, bezieht sich ja bei Systemsprenger auch nicht auf, ähm, wie ich finde, nicht auf das Mädchen. Sondern es, ähm, es ist eine Situation, die das System sprengt. Eine Überforderung und hier ist es im Endeffekt genauso, ja. Du, äh, bist ja Vater, ne? Ja. Sei ehrlich, wie hart war es für dich, diese Clips zu gucken? Es war richtig brutal. Also es war, ich hab, ich guck ja, nicht nur in letzter Zeit, generell guck ich ja viel, viel Horror, viel Kram, der, naja, sehr, sehr visuell ist, ne? So vom, vom, vom Gore-Bereich her. Gerade auch mit Sven zusammen, mit Movie Cannibals gucken wir uns auch wirklich dummen Scheiß an, der dann leider auch oft nicht gut ist. Aber generell ist das ja auch so eine kleine Leidenschaft. Da kann ich wirklich viel gucken. Wirklich, wirklich, wirklich. Ähm, und der Film hat mich komplett aus den Latschen gehauen. Und das ist so schlimm, ähm, sei es jetzt so ein kleines Mädchen auf der Pritsche leiden zu sehen oder einfach nur das Gefühl, wie es sein muss, weil ich ja weiß, wie es ist, Vater zu sein oder ein Elternteil zu sein. Also es war wirklich teilweise schwer auszuhalten. Gerade, ähm, am Ende Situation, wenn, ähm, die Mutter sich mit ihrem, mit ihrem kleinen Sohn, also das ist nicht das Ende Ende, sondern wenn sich die Mutter mit ihrem Sohn im letzten Drittel unterhält. Es sind immer viele Rückblenden auch. Und das Ergebnis daraus, wenn die sich dann so in den Armen liegen, ich glaub, ich weiß, was du meinst, was ich meine, ne? Und es spitzt sich immer mehr zu und ich denke so, nein, das kann nicht sein. Und dieses Gefühl und dieses, dann das Schauspiel der Mutter auch mit umarmen und wegstoßen und umarmen und das war einfach ganz, das war ganz schrecklich. Das ist vermutlich die heftigste Szene, fand ich auch. Also klar, also die ist nicht, die ist nicht, die ist nicht grafisch brutal, aber diese, diese Umarmung am Ende, dieses, äh, hieranziehen und wegstoßen so leicht, das ist, ich, es ist, ist hart. Ich meine, ich hab keine Kinder, aber ich kann das verstehen und das war wirklich ein, ja, sehr, es war kein Schlusspunkt, es war ein Ausrufezeichen, um es mal so auszudrücken. Ja, das ist etwas, wo man sich wirklich überlegen muss, ähm, ob man sich den angucken möchte, weil der wirklich thematisch richtig heftig ist. Also wenn ich, wenn ich irgendwem sage, hier, guck dir mal den Evil Dead von 2013 an, er ist aber ziemlich brutal, ist das eine Sache. Wenn ich aber sage, guck dir mal Rebel an, dann, ähm, möchte ich schon wissen, dass der, der sich den anguckt, auch weiß, worauf ich ihm gerade hingewiesen habe. Das ist mir da bei dem Film Rebel wirklich wichtig, weil er wirklich scheiße anstrengend ist und sehr, sehr belastend, ja. Ja, man muss aber da auch vielleicht sagen, es ist halt auch gut, dass der Film halt so ist, weil er einfach ein Thema behandelt, weil ganz ehrlich, ich glaube, es hätte der Thematik nicht, nichts gebracht, wenn du einen Film rausbringst, den du halt so wegguckst, als wäre es halt so ein, ich sag mal, 0815 Actionfilm, den du halt abends um 20 Uhr mal eben mit einer Flasche Bier anguckst, ne. Also es gibt Filme und Thematiken, die müssen unangenehm sein und ich finde, Rebel ist unangenehm. Ich finde aber, dass sie es schaffen, ist gut, dass das unangenehm ist, aber es, wie soll ich das ausdrücken, es ist nie so, es wirkt nie so marktschreierisch, nie so, es brüllt dich nicht an, es wirkt so mehr, es wirkt natürlich, es wirkt organisch. Es wirkt wirklich so, dass du das Gefühl hast, du kannst diese Geschichte einfach nicht anders erzählen, weil alles andere wäre verlogen. Auch, das hätte auch ganz schnell kippen können, weil der Kamal, der sich bewusst für den IS entscheidet, das hätte auch ganz schnell so sein können, dass es wirklich, dass die wollen, dass man Mitleid hat mit den Menschen, die dem IS angehörig sind. Aber das hat er geschafft, dass es nicht so ist. Es ist ein starker Film und ich glaube, Till, wenn du nichts mehr hast auf deinem Zettel, können wir gerne zu einem Fazit kommen. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann mach du mal den Anfang. Sehr empfehlenswert. Man sollte sich irgendwas anhören, angucken oder vorinformieren, ob dieser Film wirklich etwas für einen ist. Und dafür sind wir da und ich kann nicht sagen, wer sollte sich denn angucken und wer nicht. Und da muss man einfach auf sich selber hören und ehrlich zu sich selbst sein, ob man sowas aushalten kann. Aber es ist eine absolute Empfehlung und ich glaube, so die obligatorischen, typischen, jeder macht sie, Toplisten Ende des Jahres, da ist der, glaube ich, ein ganz guter Kandidat. Ja, also wenn ihr die Chance noch habt und der läuft bei euch in der Nähe in einem Kino, wir wissen gerade nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird oder online geht, dann versucht die Chance wahrzunehmen, weil ich glaube, auf einem großen Leinwand ist die Wirkung nochmal krasser und heftiger. Ansonsten von mir auch ganz klar eine Empfehlung, der ist emotional unglaublich packend, der ist unglaublich gut inszeniert. Also er sieht auch einfach von den Bildern her toll aus, toll gemacht. Man merkt einfach, dass diese beiden Regisseure, die haben einfach eine Stunde Erfahrung. Der Film ist brutal, der ist durchaus auch provokant, das ist auch gut so und der ist aufwühlend. Es ist in Anführungszeichen kein schöner Film, aber es ist ein sehr, sehr guter und es ist sehr traurig, dass der so, ja, so ein bisschen unter der Hand läuft, weil ich glaube, wenn, na, vielleicht, wenn man ihn besser vermarktet hätte, wobei das ist jetzt, ich habe vermarktet, keine Ahnung, aber ich finde es schade, dass der so untergeht. Ich kann verstehen, warum ganz große Studios vielleicht diesen Film nicht herausbringen wollten, aber ich kann mir vorstellen, dass in einer besseren Welt hätte dieser Film mehr Aufmerksamkeit bekommen, wie er jetzt hat. Damit sind wir durch, zweimal eine Empfehlung für Rebel in den Fängen des Terrors, wichtig, den Titel nicht vergessen, ganz wichtig. Wie gesagt, seit dem 11. November läuft er in deutschen Kinos und am 38. November, das war's, ja, in deutschen Kinos, leider nur limitiert, das heißt, die Chancen stehen, sei mir ehrlich, nicht so gut, dass ihr den noch erwischen könnt. Und wenn doch, wie gesagt, nutzt die Chance und wenn ihr aber sagt, hey, ich würde den gerne gucken, aber er läuft nicht mehr, dann müsst ihr nicht mehr so lange warten. Am 8. Februar startet der in Deutschland auf, meine ich, auf Blu-Ray, DVD und Bushmedien, wird wahrscheinlich auch irgendwie ein Media Book rausbringen. Und ja, bitte unterstützt diesen Film, er hat es verdient. Und uns könnt ihr auch unterstützen vom Telestormtisch, indem ihr einfach unsere Webseite besucht, www.tele-stormtisch.de oder ihr lasst uns ein Like da, wo, überall, wo es Likes gibt, denn der Telestormtisch ist parasitär unterwegs, da, wo es Likes gibt, gibt es auch uns. Und damit, äh, sage ich, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle von uns beiden, es geht jetzt hier weiter mit dem nächsten Film von Bushmedien, ähm, viel Spaß damit, äh, ich sage Tschüss und Till, bei diesem Abschnitt jetzt hier gebührt dir das letzte Wort. Ja, dann vielen Dank, ich kann nicht mehr viel hinzufügen, auch keinen dummen Spruch, das ist einfach nicht, äh, würdig dem, dem Film, äh, gegenüber. Vielen Dank und viel Spaß. Wer erkennt es nicht? Man ist auf dem Weg nach Hause, geht noch in den Zeitungskiosk, um sich, keine Ahnung, ein paar Zigaretten zu kaufen und man kommt auf die Idee, ach komm, ich kauf mir einen Lottoschein. Und plötzlich stellt sich raus, du hast gewonnen. Das würde ich als einen Lucky Day bezeichnen. Gleichnamig ist der Film, über den wir heute sprechen müssen, Lucky Day. Wobei ich sagen muss, dass es in diesem Film nicht ganz so glücklich zugeht. Wieso, weshalb, warum, das klären wir gleich. Aber erstmal möchte ich meine lieben Kameraden und Wegbegleiter heute vorstellen. Wir haben den frisch frisierten Werner, Grüße. Seid gegrüßt. Und wir haben den Kokain-Junkie Chris, auch dir, liebe Grüße. Pau, 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 wo ist mein Pulver? Ja, und meine Wenigkeit ist der Kenny und wir besprechen heute Lucky Day, der eigentlich 2019 schon rauskam, vor kurzem in ein paar Sneak-Previews zu sehen war. Aber ich habe ihn als Screener sehen dürfen und der kommt jetzt demnächst auf DVD und Blu-Ray raus. Deswegen reden wir ein bisschen darüber. Und ich gebe das Wort an Chris. Hau doch mal raus, worum geht es denn da eigentlich wirklich? Lucky Day von Ex-Quentin Tarantino Weggefährte Roger Avery, den einige vielleicht noch kennen aus den 90ern. Zum Beispiel mit seinem Regie, die will Killing Zoe inszeniert Lucky Day. Und hier zeigt er uns den Safeknacker Red, der nach zwei Jahren Gefängnis endlich wieder auf freiem Fuße ist. Er ist wieder zu Hause bei seiner süßen kleinen Familie, Frau Chloe und Tochter Beatrice. Und möchte eigentlich wieder ein anständiges Leben führen, denn auch in Chloes Leben ist eine Menge los. Sie arbeitet in einer Kunstgalerie und plant eine große Ausstellung, hat jedoch mit einem sehr aufdringlichen Chef zu kämpfen. Doch das normale Leben kann nicht lange Bestand halten, denn der französische Auftragskiller Luc ist in der Stadt. Und er ist fest entschlossen, Red und seine Familie komplett auszulöschen, denn Luc hat mit ihm noch eine Rechnung offen, da sein eigener Bruder durch Red wohl zu schaden und ums Leben kam. Tja, und dieser böse Luc, mit dem haben wir ganz schön zu knauplen, der hat es ganz schön in sich. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was wir von diesem Film halten sollen. Werner, hau doch mal raus, was sagst du zu dem Film? Was hat dir besonders gefallen, was ist jetzt nicht so ganz besonders, was kann man machen? Also was mir an diesem Film gefallen hat, ja, das hält sich in Grenzen. Also so richtig gefallen hat mir nichts. Es gibt aber ein paar Punkte, wo man sagen kann, die sind zumindest gelungen. Und an erster Stelle steht da der liebe, böse Auftragskiller Luc, der, ja, ziemlich over the top ist. Und dadurch teilweise, ja, die Leute zum Lachen bringt, manchmal eher zum Kopfschütteln. Aber wenn er mal seine Arbeit macht und die Waffen rausholt, dann sieht das richtig gut aus. Es ist, ja, durchaus wirklich lustig, ihm bei der Arbeit zuzusehen. Und er sorgt mitunter für die beste Unterhaltung in diesem Film. Chris, hast du auch so viel mit dem Kopf geschüttelt? Oh ja, oh ja. Ich hab sogar in der Sneak Preview, in der ich den Film gesehen habe, ich geb's zu, ich hab die cineasten Todsünde begangen. Bitte jetzt kein Asche auf mein Haupt. Ich hab mir mal das Handy rausgeholt und drauf geguckt. Soll man nicht machen. Im Kino. Und ich als Kino-Verfechter und Kino-Liebhaber habe das getan und das sollte euch alles sagen, was ich von diesem unfassbar nervtötenden Film hielt. Das war wirklich, das war so ein übertrieben dämlicher Penela-Humor, dass ich es wirklich schon kurz nach dem Anfang nicht mehr ausgehalten habe. Alles auf elf gedreht, alles übertrieben bis zum geht nicht mehr. Und Roger Avery muss wohl längere Zeit pausiert haben oder längere Zeit eben nichts mehr geschrieben haben. Ich hab mir jetzt seine Vita nicht näher angeguckt, hätte ich vielleicht machen sollen. Aber auf alle Fälle wirkte das ein bisschen aus der Zeit gefallen. Weil dieser Humor, ich kann doch nicht mal sagen, der richtet sich an eine andere Zielgruppe, weil der Film ist ja nun mal wegen seiner Gewaltspitzen ja auch ab 16. Aber dieser Humor, der zieht heute einfach nicht mehr für Leute in einem gewissen Alter und die auch alt genug sind, sich den Film anzugucken. Weil das hat teilweise wirklich, das hat Cartoon-Physik, Cartoon-Logik, Cartoon-Charaktere, die auf eine Cartoon-Art und Weise handeln und denken. Und da konnte ich, so sehr man sich Mühe gegeben hat, auch den Protagonisten und seine Familie als niedlich zu zeichnen, einfach nicht mitgehen. Deswegen der ständige Blick aufs Handy und ich hab wirklich auch nur darauf gewartet, bis es endlich vorbei war. Also ich kann dir ja wirklich komplett zustimmen, dass er überdreht und überspitzt ist. Aber ich will nicht ganz so scharf in die Kritik gehen wie du. Ich finde, da waren ein paar Sachen dabei, die halt echt ihre Gag-Elemente verdient haben. Gleich am Anfang, der Güte Luke klaut sich irgendwo ein Auto und zufälligerweise trifft er auf den Besitzer. Da geht's erstmal relativ blutig zu, wenn er nicht will, dass der Besitzer irgendwie das in irgendeiner Weise kritisiert. Er steigt dann anschließend das Auto ein, zieht eine CD aus seiner Jackentasche, weil wer hat keine CD in seiner Jackentasche heutzutage, ne? Ganz normal. Zieht die raus, man sieht so die Aufschrift, er packt sie ins Auto, es läuft irgendeine dämliche Musik, er fährt rückwärts erstmal über die Leiche drüber. Das ist erstmal mega hohl und flach und das gab's schon tausendmal, trotzdem durch das dumme Gesicht von dem Luke, der übrigens gespielt wird, von Crispin Glover. Wer den nicht kennt, das ist der berühmte George McFly aus Zurück in die Zukunft, der sich echt verdammt gut gehalten hat. Dafür, dass der Film quasi 40 Jahre alt ist, sieht der Typ gerade mal aus wie 40. Jetzt hab der quasi gerade frisch aus dem Ei gepellt kam, als Zurück in die Zukunft kam. Aber der Typ ist der böse Mörder oder Killer Luke und der hat noch mehr solche Elemente auf dem Kasten während des Films. Es gibt eine tolle andere Szene, wo er einem mexikanischen Gangmitglied ein Auto klaut, so einen Lowrider, der sich hoch und runter fahren lässt. Und er kommt mit der Steuerung überhaupt nicht klar und fährt einfach mal mit ausgefahrenem Fahrwerk durch die Kante und wird dann von der Polizei angehalten. Auch da geht alles drunter und drüber. Aber viele von diesen Elementen sind echt witzig. Es gibt auch noch eine andere Szene in so einer Bar. Ja, Werner, willst du mal was über die Bar-Szene erzählen? Ja, die Bar-Szene. Da hab ich auch schon abgewunken. Dann kannst du ja vielleicht drüber reden, weil ich muss zugeben, die ist mir nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Die hab ich ziemlich schnell wieder abgehakt. Da ging's ja um die Frau und den Besitzer, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da muss ich zugeben, bin ich ausgestiegen, weil mir die Szene so gar nicht gefallen hat. Ja, diese Szene soll halt darstellen, was dieser Luke für ein Badass-Motherfucker ist, dass er wirklich mit allem durchkommt, was er macht. Der kommt in diese Bar, der Bar-Besitzer kennt die noch von früher, der will bei ihm Waffen haben und er hat natürlich auch mächtig vor ihm die Hosen voll. Und dann Luke sieht die Freunde des Bar-Besitzers und sagt sich, ich hab schon lange keine Nummer mehr geschoben. Und der Bar-Besitzer lässt ihn das machen. Und du hörst sie auf der Toilette lauthals stöhnen und die Freundin des Bar-Besitzers macht dabei auch noch deutlich, dass Luke so viel besser ist als der Bar-Besitzer. Und zwei Typen sitzen da, du kannst doch nicht sowas machen lassen mit deiner Frau, das geht doch nicht. Und der kommt aus der Toilette und sorgt dafür, dass die beiden halt auch dann sofort großen Respekt vor ihm haben. Ich weiß nicht mehr, ob er einen abknallt oder nicht, das ist schon mehrere Monate her. Aber das ist halt so, oh, das ist halt, es gibt in-your-face-Humor. Der kommt halt aus dem Nichts mit so viel Schock-Value, dass es funktioniert. Und hier funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir das alles irgendwo schon mal gesehen haben, wie du meinst, Kenny, aber das wirkt halt wirklich wie, als hätten da zwei 15-Jährige gesessen und dieses Skript geschrieben und sich dabei totgelacht und hätten gedacht, sie hätten was weiß ich für eine dicke Hose und würden hier voll das krasse Zeug zu Papier bringen. Und dann damit werden sie den Laden vor Lachen wirklich zusammenbrechen lassen. Und das ist einfach nur, das ist wie wenn du im Bus sitzt und hinter dir sitzen Jugendliche und albert rum und glauben, sie machen gerade das Witzigste auf der ganzen Welt. Ab einem gewissen Punkt kannst du nur noch mit den Augen rollen. Wie meine Freundin in der Bar-Szene. Ich habe ihn zu Hause geguckt als Screener und meine Freundin saß nach der Couch neben mir, hatte ich echt gar keinen Bock drauf, weil es ist überhaupt nicht ihr Genre. Und die hat dann auch nur noch, oh, was? Alter, die hat nur, diese berühmte, die hat die war wirklich abgenervt davon, die hat das überhaupt nicht mitgenommen. Mich hat es ein bisschen abgeholt, ich mag es übertrieben und apropos, in your face, in der Szene, ein Kondom, in your face. Nur mal so, als Warnung. Tatsächlich, aber tatsächlich gibt es da noch mehr Charaktere als bloß den bösen Killer, weil der ist ja eigentlich bloß Nebencharakter. Eigentlich geht es ja um Red, den Safeknacker und noch um ein paar andere Personen. Haben wir da noch irgendwas dazu zu erzählen, Werner? Ja, bevor wir den Luke abschließen, hätte ich da noch einen Punkt, über den ich reden möchte bei ihm. Und zwar halt eben auch sein total perfekt polierter Stil. Also, der läuft nicht irgendwie dreckig durch die Gegend, sondern hat immer einen sauberen Anzug, eine Frisur, die immer sitzt und einen, ja, teilweise auch französischen, nervigen französischen Akzent. Und, ja, das Fluch und Segen zugleich, aber so dieser Stil von ihm, das hat ein bisschen so Hitman-Vibes, nur halt eben ohne Glatze. Wenn man Hitman bei Wish bestellt. Ja, genau, das trifft es sehr gut. Ja gut, aber wie gesagt, haben wir ja noch andere Charaktere neben Luke, die da irgendwie interessant sind in diesem Film. Ja, interessant. Also, die Frau von Red, dem Safeknacker, wird ja gespielt von der reizenden Nina Dobrev, die ich sehr mag, die man wirklich öfter irgendwo sehen könnte. Die meisten kennen sie wahrscheinlich aus The Vampire Diaries. Und sie hat ja diesen Subplot mit der Kunstausstellung. Und sie hat ja damit zu kämpfen, dass der Chef in dieser Galerie scharf auf sie ist. Und auch da, nimmt der Film sich da ein bisschen zurück, nein, er muss es auch einem um die Ohren klatschen mit dem Humor von pubertierenden Teenagern. Dieser Chef ruft sie in sein Büro und gesteht ihr seine Liebe und muss sich dann natürlich ausziehen und will es an Ort und Stelle mit ihr auf dem Schreibtisch treiben. Und sie nimmt das relativ gelassen hin, anstatt schreiend rauszurennen, aber okay, niemand in diesem Film verhält sich wie ein normaler Mensch. Und das steht dann halt auch ständig im Raum, dass ihre Ausstellung, die dann trotzdem stattfindet oder ihr Job in Gefahr ist, weil dieser Chef sie unbedingt haben muss und wahrscheinlich noch nie etwas gehört hat von Anzeigen wegen sexueller Belästigung und dergleichen. Ja, tatsächlich haben wir auch noch die Frau von ihm, die du gerade angesprochen hast und die Tochter, die gute Bia Beatrice. Und mir fällt gerade ein, wisst ihr, woran die mich erinnert hat? Und zwar an Stephanie aus LazyTown. Von den Gesichtszügen her und von der Frisur. Und es nur so nebenbei erwähnt. Wenn die es los ist, anfangen wir zu tanzen. Hey, in LazyTown. Nee, das würde nicht reinpassen. Wobei, das wäre schön albern. Das wäre cool. Aber gut, wen haben wir noch? Wir haben noch Leroy. Und zwar ein Kollege von Red, der mit ihm Saves geknackt hat. Die beiden haben zusammen scheinbar irgendwie ein Geschäft für Schlösser und so quasi einen Schlösserdienst, Schlüsseldienst. Und die beiden haben scheinbar früher krumme Dinger gedreht. Und so wie es aussieht, sitzt Red eigentlich für Leroy im Knast. Und er kommt aus dem Knast, geht in den Laden rein. Und er sitzt gerade da. Natürlich auch total gestylt. Als ob er gerade für ein Shooting, für einen Klamottenkatalog oder sowas Pose stehen will. Perfekt gestutzter Bart, perfekte Klamotten. Und er kommt in den Laden rein. Und die beiden begrüßen sich und freuen sich, dass sie sich wiedersehen. Und dann Stimmungs-Cut. Ey, übrigens, warum hast du eigentlich für mich eingesessen? Wieso hast du mich nie im Knast besucht? Plötzlich hast du eine übelste emotionale Wendung. Und da wird da kurz drüber gesprochen. Und dann plötzlich, egal, okay, schließ mal das ab. Komm, lass uns doch mal in den Keller gehen. Und solche Elemente hast du leider Gottes oft in dem Film. Es gibt so ein paar Stimmungswechsel oder allgemein auch Situationen, die die Handlung vorantreiben sollen. Wo dann Leute plötzlich einfach irgendwas erwähnen. Oder es kommt zum Beispiel plötzlich in den Laden, der Bewährungshelfer reingespielt von Clifton Collins Jr. Der hat auch schon viele Sachen gemacht. Der war bei Pacific Rim oder Once Upon a Time in Hollywood. Und der ist ein bisschen der Badass. Der war früher mal ein harter Bulle. Ist aber jetzt nur noch ein Bewährungshelfer. Ist aber trotzdem natürlich ein Polizist mit Marke. Und der hat den Red auf der Kante. Also der hat fünf Jahre Bewährung. Und der will ihn nur sehen, dass er irgendwas falsch macht. Und plötzlich kommt er da rein, macht einen auf Badass. So live ist Visitation und volles Programm. Und dann geht er raus. Und dann ist alles wieder cool. Und dann gehen die beiden in den Keller und machen da ihre Sachen. Und solche Elemente passieren leider Gottes oft in diesem Film. Dass irgendwelche Sachen einfach nur reingeworfen werden, um die Story voranzubringen. Wo du denkst, okay, irgendwie was Besseres ist euch nicht eingefallen. Ging's euch auch so? Werner? Ja, mir ging's eins zu eins genauso. Und da hab ich mir auch gedacht, da hast du so gar keine Lust drauf. Das ist einfach nur Zeitverschwendung oder Lückenfüller, damit man die Filmzeit ein bisschen ziehen kann. Und hat einfach keinen Spaß gemacht. Also da hätte man über die Hälfte der Nebenstorys und auch einen Teil von der Hauptstory weglassen können. Und hätte den Film dadurch zumindest ein bisschen knackiger gemacht. Ja, oder man hätte sich zumindest auf einen vernünftigen Ton einigen müssen, indem man auch die Subplots und das alles erzählt. Weil dann hätte man sich auch als Zuschauer dafür erwärmen können. So schwankt man zwischen völlig hemmungslosem Slapstick, aber gleichzeitig eben auch realen Weltproblemen und was diese Charaktere dann überstehen müssen. Und diese kleine Familie, die hier nun mal in Gefahr ist. Aber du findest keinen Zugang dazu, weil dir eben ohne Ende Blödsinn im Sekundentakt um die Ohren geschossen wird. Der halt, Achtung, Achtung, jetzt wird's witzig, immer sich so ankündigt. Und dann hat man eben auch irgendwo keine Lust mehr, Anteilnahme zu zeigen. Und dann ist es am Ende auch nicht mehr wirklich interessant. Und dann hat man einfach auch keine Lust mehr, sich dafür zu erwärmen und will wissen, wie es ausgeht. Ich meine, es gibt am Schluss eine Szene, die ist theoretisch eigentlich sehr intensiv. Dann ist nämlich Beatrice, die kleine Tochter von Red und Chloe, in großer Gefahr. Und ich will nicht genau aus Spoilergründen erzählen, wie diese Szene abläuft. Aber es geht halt wirklich darum, ihre Eltern müssen schnell handeln, sonst wird sie ersticken. Und die Szene aus dem Kontext gerissen könnte funktionieren. Woanders in einem besseren Film. Tja, da, mehr kann man dazu wirklich nicht sagen. Das ist echt ein Problem dieses Films, dass er wirklich nicht wirklich weiß, was er sein will. Also er will eine übertriebene Action-Komödie irgendwie sein. Aber dann werden da irgendwelche dramatischen Sachen reingehauen oder lebensechte Probleme. Wo man oft, in einem Moment soll man übelst dramatisch mitfühlend sein. Es gibt auch einen dramatischen Tod. Und im nächsten Moment ist alles okay. Und da wird rumgealbert und es wird sich geküsst und lieb gehabt. Und sowas, es kommt immer wieder im Wechsel. Und das hat keine gleichbleibende Tonlage irgendwie. Es ist mal albern, mal witzig, mal dann wieder irgendwie gewollt dramatisch. Dann auch allgemein die Splatter-Effekte. Also es gibt ein paar Splatter-Momente, die ein bisschen blutig sind. Und die sind jetzt auch nicht gerade mega hochwertig. Aber wo der Film selbst relativ hochkariert und glänzend aussieht. Also es ist alles sauber. Also der Film ist hochauflösend, alles ist scharf. Die Straßen sind alle aufgeräumt. Die Autos parken alle akkurat in der Straße. Alle tragen schicke Outfits, die perfekt sitzen. Alle haben perfekt gestutzte Bärte oder sogar aufgemalte Bärte. Und ja, was soll ich dazu noch groß sagen? Wollen wir noch? Ich würde dazu, ich würde halt eben, weil du gerade davon gesprochen hast, vom Gore-Faktor sagen, dass er mir zumindest gefallen hat. Also die Schießereien sind übertrieben blutig, sodass man sie nicht ernst nehmen kann und ja auch nicht soll. Und dadurch kann man das halt eben auch gelassen, ja, kann man gelassen drüber lachen und ein bisschen Spaß mit den Splatter-Szenen haben in meinen Augen. Also für das, was der Film sein will, fand ich den Gore-Faktor und die Inszenierung davon durchaus gelungen. Also gerade die Schießereien kann man mal so machen. Chris, hast du noch irgendwelche Anmerkungen? Insgesamt eigentlich nicht mehr. Also ich möchte nur über das Erlebnis an sich kurz sprechen. Ich gehe aus zeitlichen Gründen und beruflichen Gründen nicht mehr so oft in die Sneak-Preview wie früher. Aber wenn ich Urlaub habe und daheim bin, dann mache ich das gerne noch öfters. Und dann ist es natürlich umso toller, wenn man in die Sneak-Preview geht und da kommt dann sowas. Ich bin aber aus Prinzip, stehe ich nicht auf und verlasse den Film vorher, obwohl das für mich wirklich ein Kandidat gewesen wäre. Der kriegt von mir wirklich, vielleicht habe ich nicht so viel in diesem Jahr gesehen wie manche unserer Kollegen hier, aber ich kann ja eben nur aus meiner Perspektive sprechen, der kriegt von mir den Titel Nervtötendster Film des Jahres verliehen. Das hat wirklich mein Nervenkostüm teilweise stark strapaziert und ich würde jedem wirklich davon abraten. Das ist Comedy auf einer Schiene, ich weiß auch nicht. Gut, ich will weder jetzt die Intelligenz noch den Humor von irgendjemandem beleidigen. Aber ja, man muss schon was aushalten können. Und ja, hier und da bei einigen Wortwitzen, gebe ich zu, habe ich geschmunzelt. Boah, aber alles in allem war das für mich wirklich das Gegenteil von einem ganz großen Spaß, nämlich eine ordentliche Geduldsprobe. Ja, also ich gehe mit dem Film nicht ganz so hart ins Gericht. Er ist natürlich alles andere als wirklich gut. Er ist bestenfalls mittelmäßig, aber ich muss zugeben, hier und da hat der Film seine unterhaltsamen Momente. Der Film hat ein paar kleine Stärken und die sorgen dafür, dass es zumindest keine Gurke ist im Stile von Expendables 4. Haha, habe ich jetzt wirklich gesagt. Das war eine Gurke. Sondern dass er noch ein bisschen besser ist. Also von dem her kann man den besser ertragen als manch anderes. In meinen Augen, da habe ich einiges dieses Jahr gesehen, was wirklich unerträglicher und schlechter war. Von dem her kann man machen. Ist gerade noch so solide. Bestenfalls Mittelmaß, aber kein Totalausfall. Werner, ich bin wirklich vollkommen bei dir. Das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Expendables 4 ist tatsächlich schlechter als der. Und er sieht auch schlechter aus. Ja. Ich habe ja auch gesagt, nervtötendster Film. Ja, das ist nicht wirklich schlechtester Film des Jahres. Da ist Expendables 4 bei mir auch ganz oben mit dabei. Es gab noch einen anderen, nervigeren Film, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Deswegen muss ich sagen, nee, so schlimm ist er nicht. Tatsächlich, das Genre des Films ist ja eigentlich ein Genre, was ich sehr mag. Ich vergleiche das jetzt mal mit Filmen wie Brücke sehen und sterben oder sieben Psychos. Vielleicht kennt ihr mal von euch Gringo. Auch sehr cool. So Action-Komödie, wo so ein bisschen abgedrehte Handlungen drin sind, wo ein paar Sachen so zusammenkommen. Ich mag dieses Genre sehr gerne, aber von all diesen Filmen, die ich genannt habe, von diesem Genre, was da noch alles drin sein kann. Zum Beispiel auch manche Filme von Tarantino passen auch in diese Kategorie rein, wie Pulp Fiction zum Beispiel. Aber da kommt er natürlich nicht ran. Und von all diesen Filmen ist er wirklich tatsächlich der schlechteste. Und ich bin froh, dass ich in mich ein Kino gesehen habe und dafür Geld ausgeben musste. Besser wäre es vielleicht, den zu Hause zu gucken, wenn er mal irgendwann im Streaming verfügbar ist. Sich am besten noch ein paar Kumpels einladen, vielleicht ein Bierchen zwischen oder auch andere Bewusstseinsveränderungen. Substanzen zu nehmen, um die ganze Sache ein bisschen aufzupäppen. Nehmen bloß gerne Drogen. Also ich will es hier nicht. Da funktioniert das vielleicht, wenn man so ein paar bekloppte Kerle zusammensetzen hat, die einen abgefuckten Humor haben. Oder man hat vielleicht eine Freundin, die auch so einen abgefuckten Humor hat. Natürlich auch. Aber ich glaube, für einen romantischen Pärchenabend ist er definitiv eine Empfehlung. Und damit sollte alles gesagt werden. Worst Date Night Ever. Hat es nicht auch noch Berichte aus dem Kino, wie es da abging? Oh ja, Werner, du hattest das, oder? Da waren mehrere Pärchen, die irgendwie den gleichen Effekt hatten wie Kenny und seine Freundin. Ja, das ist ziemlich gut. Also man hat da wirklich gut beobachten können, wie bei manchen Szenen, die ein paar der Damen so ungläublich auf die Kinoleinwand geguckt haben oder eben ihre männliche Begleitung mal eben verdutzt angeschaut haben, so nach dem Motto, was schauen wir uns hier an? Wo ziehst du mich hier rein? Was soll das? Und ja, das war teilweise lustig und hatte das Erlebnis durchaus auch ein bisschen so aufgewertet, sage ich mal. Das ist auch so ein Grund, wieso ich das Publikum manchmal liebe, weswegen ich gerne ins Kino gehe. Weil selbst wenn der Film nicht so gut ist, sage ich mal, kann das Publikum drumherum es immer noch ein bisschen aufwerten. Und ja, manche Publikumsreaktionen aus falschen Gründen haben das durchaus noch ein bisschen lustiger gemacht. Ja, absolut. Also wenn man mitgeht, vor allen Dingen bei einem schlechten Film, wenn sich der ganze Saal wirklich dagegen wendet und man spürt diese Atmosphäre, dass wirklich alle gleich kurz davorstehen, Sachen gegen die Leinwand zu schmeißen. Das ist sehr viel spaßiger, als es sich in der Theorie anhört. Ja, war in meiner Sneak nicht so, die war nicht allzu gut besucht. Aber ja, ich hätte mich an dieser Stelle Entschuldigung für alle Ladies, die das ertragen mussten. Ich bin vollkommen bei euch. Ja, und alle Freunde, die da gelacht haben an der Stelle, hätten euch danach ganz schick zum Essen ausführen müssen. So, das war's von uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und euch beiden auch danke für die Besprechung. Ich danke auch für eure Zeit. War wieder mal sehr lustig. Viel Spaß den Zuschauern. Und ja, wir hören uns dieses Jahr sicherlich noch ein paar Mal. Spätestens in unserem Adventskalender. Immer reinhören. Ho, ho, ho. Haben wir gesagt, wann der Film läuft? Ab wann? Bald. Hieß es also. Kommt bald für Home Release. Ach, scheiße, haben wir keinen? Sehr bald. Haben wir keinen? Haben wir keinen Datum? Datum wurde nicht genannt. Nur, dass er bald für Home erscheint. Sehr bald zum Streamen und auf Blu-Ray und auf DVD. Ihr wisst, wie wir dazu stehen, Leute. Ihr könnt mit eurem Geld und eurer Zeit etwas Besseres anfangen. Aber ja, ihr müsst nicht ins Kino gehen. Das ist schon mal die gute Nachricht. Lucky Day. Sehr, sehr bald zum Streamen und auf DVD und Blu-Ray. Ich habe es noch einmal gesagt. Und als Mediaprook. Jetzt gehabt euch und als Mediaprook. Muss ich übrigens das denn. Ja, das signierte Steelbook mit Unterschrift von Roger Avery und vier Stunden Bonus-Material. Garantiert. Gehabt euch wohl, Leute. Schöne Feiertage. Ciao. Tschö. Ciao. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein ganz großes Herz für Tiere. Ganz besonders für Katzen. Und ich weiß nicht, ob es bei meinem Kollegen, der mich heute begleitet, auch so ist. Grüß dich, Till. Moin. Na, wie stehst du zu Katzen? Ich habe eine. Ich mag Katzen. Die sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ja, tatsächlich. Ja. Ich wollte immer einen Hund haben und dann, als ich ausgezogen bin, haben wir uns eine Katze geholt. Ja, ich muss zugeben, ich bin auch mit Katzen aufgewachsen. Also, es waren mal zwei. Leider ist es bloß noch eine. Aber Katzen sind was Schönes, sind was Feines. Man muss sie einfach lieben. Vorausgesetzt, wir reden nicht von den Madcats. Denn ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber Liebe ist mir hier nicht gerade in den Kopf gekommen. Aber, ja, Madcats. Ich würde sagen, fangen wir lieber mal damit an, worum es in dem Film überhaupt geht, ne? Ja, ich versuche mal, das kurz zusammenzufassen. Also, es geht um Taka. Das ist ein junger Mann, der sich auf die Suche nach seinem Bruder Mune macht und auf dem Weg so ein, ja, ein seltsames, mysteriöses Mädchen und einen schrulligen Typen irgendwie kennenlernt, mit auf die Reise nimmt und es dann mit einem Rudel bösartiger Monsterkatzen in Form von Menschen im Endeffekt aufnimmt. Und das Ganze, es geht noch irgendwie um eine verbotene Katzenminze oder sowas, was so ein bisschen der schräge MacGuffin des Films ist, also, ja, ich, ey, ganz ehrlich, ich bin vielleicht nicht der beste Geschichtenzusammenfasser, aber bei dem Film weiß ich einfach nicht, was ich sagen soll. Naja, aber ich denke, das ist es. Ich denke, das ist es, ja. Du hast gefühlt mehr aus der Geschichte erzählt, als der Film selber in sich erzählt. Ja, richtig. Das ist leider so. Ich bin da gesessen und dachte mir, was soll das? Was soll das? Aber, ja, fangen wir mal vorsichtig an. Ich würde sagen, der Titel Mad Cats ist in meinen Augen fast die größte Enttäuschung, denn das, was man hier als Cats präsentiert, da versucht man ja ein bisschen so eine Art Welt daraus zu bauen, so ein bisschen so eine Katzenwelt. Die Leute essen Katzenfutter und die Mädels haben so Katzenkrallen und ich dachte mir, das ergibt gar kein stimmiges Gesamtbild. Also ich wusste nicht, was will man mir hier erzählen? Was für eine Welt wird hier dargestellt? Soll das überhaupt die Erde sein? Weil irgendwie alles so, naja, alles ist voller Menschen. Okay, nicht voller Menschen, aber trotzdem stellt man das hier dar, wo man einfach denkt, was ist das? Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Hast du dich da irgendwie zurechtgefunden? Die Welt wird einem nicht schlüssig erklärt. Das ist im Endeffekt, man kriegt gesagt, okay, der eine macht sich auf die Suche nach etwas sehr, sehr Wichtigem und alle anderen komischen, schrägen Katzenmenschen wollen das haben und dann hangelt sich der Bruder des Verlorengegangenen von einer schlecht geschauspielten Situation zur nächsten. und das ist es im Endeffekt und ich weiß nicht, was es ist, aber Katzenfilme, ich denke, wenn ich jetzt an Catwoman denke mit Halle Berry oder an Cats, Katzen sind nicht so das Ding irgendwie, ne? Ne, ist wirklich so. Also, ich habe auch noch ein Trauma von Cats, aber ich würde mir lieber noch mal Cats angucken als Mad Cats, muss ich wirklich zugeben, weil hier, um es kurz und knackig zu sagen, hat für mich nichts, aber auch absolut gar nichts funktioniert. Es hat keinen Spaß gemacht, es war nicht interessant, Action gab es viel zu wenig, viel zu schlechte, Worldbuilding hat nicht funktioniert, Schauspiel war kaum vorhanden und eben auch die Motivation der Charaktere, ne? Da taucht plötzlich jemand auf, plötzlich, ja, machen sie das Abenteuer gemeinsam und dann plötzlich, ja, wieso bin ich überhaupt hier? Und das Ganze wirkt so dahingeschustert, also, ja, nein, einfach nur nein. Ne, das ist wirklich, also, der Film, ich kann mal ganz kurz gucken, geht 88 Minuten und ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, auch lieber, was weiß ich, Catwoman oder Cats würde ich lieber in 0,5 Geschwindigkeit angucken als den hier nochmal in doppelter Geschwindigkeit, aber hier muss, es tut es mir wirklich leid und es ist immer schön, dass wir Screener bekommen und, aber dass man, dass wir den wirklich so runterrocken müssen, weil da wirklich, wie du schon gesagt hast, ich konnte da, ich konnte überhaupt nicht nachvollziehen, was da los ist, warum hier irgendjemand irgendwas macht, das Schauspiel hast du ja auch schon angesprochen, auch die Kämpfe, da war nichts, also es wirkt so ein bisschen, als würden die, die hinter dem Film, die Filmschaffenden, ein bisschen so ein Tarantino-Vibe reinbringen wollen, weil du hast ganz, ganz offensichtlich gesehen, wenn die im Auto sitzen, hast du eine Leinwandprojektion dahinter, aber halt auch mit so Film, Filmgrissel und das war, das war etwas, wo ich sage, ja, das sieht cool aus, wenn man das Stilmittel richtig einsetzt, meine Tarantino, gut, das ist jetzt ein Meisterregisseur in meinen Augen und das ein Film, das so ein Film, das nicht schafft, auf das Level zu kommen, ist klar, aber das, der dann plötzlich so versucht zu zeigen, guck mal, wir finden den Klassiker toll und Tarantino toll und weiß nicht, das hat alles nicht gepasst, weil dann, also der Film hätte viel runder sein müssen dafür. Der Film hätte überhaupt etwas bieten müssen, weil ich habe mir vorher den Trailer angeschaut, ich habe mir gedacht, okay, es ist ein Film aus Japan, da gibt es ein bisschen Action, das ist ja schon mal eine gute Kombi, das ist eine gute Voraussetzung, darauf kann man aufbauen und selbst wenn jetzt die Story nicht passt oder das Schauspiel, dann kann japanische Action genug Unterhaltung für einen Film bieten, um diesen über Wasser zu halten, aber das ist hier zu keiner Zeit der Fall, auch weil die Action ja so richtig schlecht inszeniert ist, ne? Ja, und das CGI, wenn die Kugeln einschlagen und wenn die Kugeln vorbeifliegen, Mündungsfeuer, Funken, Staub, also das ist schade, du hörst ja schon, ja, dass es als Erstlingswerk wirklich so daneben gegangen ist, weil Erstlingswerke können ja wirklich auch gut sein, auch Low Budget. Definitiv, also da gibt es ein paar sehr, sehr gute Beispiele dafür, aber hier war das einfach nichts und du hast ja schon diese Szene mit dem Auto angesprochen, ne? Und im Hintergrund, wo ich das gesehen habe, dachte ich, wir haben den Tiefgrund des Jahres erwischt, also wir haben ja schon schlechte Effekte in Hollywood gesehen, wir haben billige Inszenierungen bei B-Movies gesehen, aber wenn man sieht, wie hier die Szenen mit dem Auto aufgenommen wurden, da verliert man den Glauben an die Filmbranche, also ich zumindest. ja, ja, genau, deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, ist das jetzt die Liebe zum Film, dass sie sagen, guckt mal, wir machen das extra so, aber so wirkt es halt nicht, weil der Film drumrum nicht dazu passt. Genau. Vielleicht haben die wirklich einfach zu Hause den Beamer angeschmissen, das abgefilmt und dann halt nochmal ein Auto vorgesetzt, also so, ich kann es mir nicht, ich kann es mir nicht erklären, keine Ahnung. Ja, also ich glaube wirklich, dass das halt eben aus Budgetgründen so schlecht aussieht, weil wie du ja sagst, der Rest vom Film passt stilistisch nicht zu dieser Szene und da kann man eigentlich froh sein, weil das würde das Ganze ja nur noch noch unerträglicher machen, noch langweiliger machen. Also ohne Witz, ich wollte ja nach zehn Minuten am liebsten schon ausmachen, habe mich aber für die Besprechung dann nochmal durchgekillt, weil ich gesagt habe, ja, ich kann nicht über diesen Film reden, ohne dass ich ihn ganz gesehen habe, ohne den Telestammtisch wäre ich da nach zehn, spätestens 15 Minuten raus gewesen, das sage ich euch. Ja, auf jeden Fall, also ich war auch, nach langer Zeit, ich gucke ja immer mal wieder, gerade durch Movie Cannibals, mit Sven und dir jetzt auch, da ist schon ein Mumpitz dabei, aber da ist immer noch so ein bisschen was bei, wo ich sage, das hat so einen gewissen Unterhaltungsfaktor, meistens zumindest und es ist wirklich auch so als Filmliebhaber und die tut es mir weh, Leute, die auch Filme lieben, wie diese Menschen, die den Film gemacht haben, das so, das so schlecht drüber zu reden, weil es ja, einfach wirklich nichts Gutes daran gibt, also das hatte ich wirklich selten so und es gibt, wie du schon gesagt hast, aus Japan, wenn ich jetzt an Machine Girl denke, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der macht so viel Spaß, der macht so viel Spaß und der ist halt so quatschig und drüber und hat auch keine guten Effekte, aber Hand gemacht dafür oder ein Film, ich weiß nicht, ob ich, der hat den, die japanische Eins, Itchi mit im Titel, ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen darf, deswegen sage ich nur das, der halt macht mir auch Spaß und obwohl er schlechten CGI hat und ja, ja so, schade, man kann mit schlechten Effekten gute Filme haben, man kann mit schlechten Storys einen guten Film haben, also wenn ein Element funktioniert, dann kann das einen Film zumindest über Wasser halten, aber das ist hier nicht der Fall, man hat vielleicht eine interessante Idee, wo man sagt, okay, diese Katzenthematik, da will man so ein bisschen so ein Katzenkulte darstellen oder Menschen, die halt eben total auf dem Katzentrip sind und eben die, ja, Katzendosen essen und das Ganze ergibt aber einfach kein stimmiges Gesamtbild, die Geschichte ist nicht spannend, Charaktere sind einfach mal so da und wieder weg und auch die Bösen, die Antagonisten, zu denen erfährt man gar nichts, die Hintergründe kennt man nicht, die Beweggründe sind kaum vorhanden, man schaut einfach nur zu, was passiert, obwohl einem nicht richtig erzählt wird, was passiert, habe ich das Gefühl. Ja, das ist so ein Film, man muss ihn eigentlich gesehen haben, um das nachvollziehen zu können, aber ich rate wirklich schweren Herzens, davon ab. Ja, würde ich genau so unterschreiben, also denke, das ist das perfekte Fazit, wir raten beide von diesem Film ab, wenn ihr die 88 Minuten, ja, richtig verbringen wollt, dann sucht euch eine Katze oder geht zu eurer Katze und verbringt die Zeit mit ihr, da habt ihr sehr viel mehr davon und tut gleichzeitig auch noch den Katzen was Gutes, aber nicht mit diesem Film. Ja, exakt. Genau, und das Einzige, was mich noch schockiert hat, um zum Abschluss zu kommen, dass es von diesem Film auch noch ein Media Book gibt, also, ja, in Zeiten von den ganzen digitalen Releases und einem Christopher Nolan, der sagt, dass eben die physischen Releases ja eigentlich wichtig sind, ne, kriegt ausgerechnet so einen Film ein Media Book und Oppenheimer zum Beispiel hat kein Media Book. Ja, und Evil Dead Rise auch nicht, was mich sehr traurig macht, ja. Also, ich weiß nicht, wie solche Filme an solche Releases kommen, aber gut, ich hab genug gejammert für heute, damit ist mein Wochenbedarf gedeckt. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas zum Film loswerden? Nein, wir haben alles gesagt, leider nur negatives. Danke fürs Zuhören, dennoch. Ja, also, danke auch von mir, zum einen an dich natürlich, Till, dass du dabei warst, war wieder eine gute Runde und dann möchte ich natürlich auch den Zuhörern nochmal danken fürs Reinhören und hoffe, ihr könnt euch die Zeit für den Film jetzt dadurch sparen, ne? Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder bei uns reinschaltet und es gibt es ja überall, wo es Likes gibt, sagt der Kollege, gell? Und von daher euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ciao. Vielen Dank an euch fürs hoffentliche liken und kommentieren und auch ein Dankeschön mal im Voraus, dass ihr hoffentlich mal unsere Webseite besucht, www.tele-stammtisch.de und auf unseren Social Media Kanälen, unter anderem Instagram und Facebook, findet ihr auch unseren Adventskalender, solltet ihr mal reinhören, es soll euer Schaden nicht sein und unserer auch nicht. Hier dann noch einmal gesagt, Rebel ist aktuell im Kino zu sehen, zumindest in einigen und kommt am 8. Februar fürs Heimkino heraus. Lucky Day und Madcats könnt ihr überall, wo es DVDs gibt, jetzt schon käuflich erwerben oder auch streamen. Vielen Dank, bis dahin, habt euch wohl, Prost fest, Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.